Guten Tag. Was soll denn das? Wir machen einen kleinen Ausflug. Los. Wer hat dir gedacht, dass das mal möglich ist? Und der Minister? Den haben Sie verhaftet. Der sitzt jetzt in Hohenschönhausen. In seinem eigenen Knast. Absurd. Fertig. Gut. Größe? 36. Ach, zu klein. Komm, Monet? Es liegt da. Sohn? Enkel. Niedlich. Heute backe ich. Morgen braue ich. Übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Behalte ich für den Fall der Fälle. Gut. Gut. . Untertitelung des ZDF, 2020